Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir dein Bett gemacht. Als kleiner Knirps. Als kleiner Knirps so. Da ist die Mama, da ist die Franny. Papas Schulden? Wovon redest du? Ja, da hast du wahrscheinlich. Okay, ich weiß hier nie, wann die Gespräche zu Ende sind und wann nicht, weil die immer sehr lange Pause machen zwischendurch. Können wir noch was mit ihr bequatschen? Nein. Können wir mit der Mama noch reden? Wie geht es dir, mio Bambino? Hast du schlimme Dinge erlebt? Hab solche Angst gehabt. Hab für dich gebetet jeden Tag. Alles okay, Ma. Meistens hab ich ein Jeep gefahren. Kämpfen musste ich nur selten. Okay. Können wir nochmal? Ich gehe gerne nochmal hin und her. So, okay. Tür öffnen. Wo gehen wir hier? Wo ist das hier? Ach ja. Die Mutter bei der Hochzeit wahrscheinlich. Schön. Ein Hut. Ich möchte den Hut gerne haben. Darf ich aber nicht. Dann haben wir hier noch Bilder. Wahrscheinlich Mama und ich. Also Mama und wir. Das ist ein sehr berühmtes Kreuzbild. Und da sind wir also sehr gläubig. Was haben wir hier? Ein Bad. Wir machen mal hier das. Ich wollte eigentlich Licht ausmachen, aber okay. Wir gucken uns mal um. Wir gucken uns ein bisschen um. Tür mal zumachen, wenn wir auf dem Pot sind. Das ist ja Licht ausschalten. Nicht unbedingt. Da haben wir. Guck mal hier. Ah. Kennt jemand von euch noch diese großen, äh, diese Spülung, diese Spülkästen da oben, wo man unten noch ziehen musste? Und damit, ne, damit nämlich das was, also der Wasserdruck gereicht hat, hat man die hochgehangen, damit das Wasser nämlich unten dann die ganzen Hinterlassenschaften auch weggespült hat. Da sind wir. Ja, was auch noch aufdrehen, was dann zumachen. Schade, dass man da... Es geht, aber es ist keine extra Animation. Aber das ist okay. Okay, so. Aufmachen, zumachen. Beziehungsweise, warte mal, warte mal, warte mal. Ordnung muss sein. Machen wir die Tür zu. Licht aus. Halt. Nein. Licht. Aus. Tür auf. Tür zu. Und jetzt hier auch. Im Flur natürlich. Kann ich hier, kann ich hier, kann ich hier? Licht aus und so? Nein. Okay, machen wir mal die Tür wieder zu. Und gehen mal in unser altes Zimmer. So. Mhm. Die alten Tierposter. Alter Schrank. Und Schaukelpferdchen. Jesusbild ist sehr wichtig. Und da haben wir ein altes Flugzeug und Baseballpokale, äh, Pokale. Poster und so weiter. Ach, schön. Und wirklich ein kleines, so ein Jungzimmer. Denn es ist ein kleines Kätzchen noch. Ach, wie süß. Naja. Ich würde sagen, das soll's für heute gewesen sein. Bis morgen früh. Schlaf gut, Niovan Lino. Am nächsten Tag. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Ja, im alten Jungzimmer zu schlafen, das ist nach einer Zeit schon sehr, ja, sehr eigenartig, sag ich mal. Aber gut. So. Zieh dich an. Müssen wir uns hier, ah, hier können wir Kleidung wechseln. Und hier haben wir Inhaltszimmer runterladen, denn ich habe alles, was an die DLCs gibt, habe ich da. Das heißt, hier haben wir die Highschool-Kleidung. Dann haben wir eine rote Jacke und einen Hemd. Dann hätten wir noch den stilvollen Cowboy. Den Anzug mit weitem Kragen und Krawatte. Der sieht ehrlich gesagt echt nicht schlecht aus. Motorradfahrer-Kleidung, Rennanzug, Dienstanzug, Warhero-Pack, Kampfanzug. Und da haben wir ganz normal Lederjacke mit Hemd. Und ich würde sagen, wir machen, wir fangen auch mal damit an. Wir werden uns im Laufe des Let's Play mal verschiedene Klamotten und sowas ansehen. Also von daher, ja, wir werden damit mal starten. Kleidung nehmen. So. Und so sehen wir aus. Schön. Jetzt liegt hier noch immer was rum. Da oben ist ein Buch von Farina. Eine, äh, der meiste Koche der italienischen Küche. So. Schön. Und Tür öffnen. Und? Wann musst du wieder zurück? Tja, ähm, so wie es aussieht, gar nicht. Äh, Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich geh zurück und werd wieder angeschossen? No. Siehst du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit dieser Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Papa Lardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm. Und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich verspreche's. Grazie a Dio. Ach, die Mama macht sich eben Sorgen. Das ist doch auch völlig okay. So, was haben wir hier für ein Platzdeckchen? Ach, Platzdeckchen. Ich fühl mich alt. Das ist schön. Kenne ich mich auch noch von früher, sag ich mal. So, Tür schließen. Ein Hut. Ich hätte gerne den Hut. Naja. So, Tür auf. Tür zu. Und letztes Mal konnten wir hier gar nicht hoch. Deswegen würde ich das jetzt gerne mal übernehmen. So, wir machen auch mal hier den langsamen... Wer wohnt denn hier alles? George Cota. Und wen haben wir hier? Da, der Jonathan Razo. Und Henry Melina. Schön, dass das... Einfach nur drei Namen, aber schöne Details, dass es einfach mit drin ist. Da ist das Rohr gebrochen. Das ist, äh... Oder? Ja. Das ist auf jeden Fall nicht heile. Na gut. Haben wir hier was? Dr. Sam Pratwo. Oder Pro. Oder wie auch immer. Und den hatten wir schon. Dann machen wir uns mal langsam auf den Weg nach unten. Oh. Dann macht jemand dann die Tür zu. Habe ich dich erschreckt? Äh, Mike. Mike. Alles gut? Okay, wir können nichts machen. Umgucken, umgucken. Und hier liegt nichts. Alles klar. Dann gehen wir mal raus. So. So. Was wollen wir zuerst machen? Ich weiß es gar nicht. Wollen wir uns wirklich zuerst mit dem... Oh. Tut mir leid. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst. Was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch. Ach ja? Du willst Ärger oder was? Hier werde ich es zeigen. Na gut dann. Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Vito, bitte. Du machst alles nur noch schlimmer. Komm schon. So. Oh ja. Meine Schwester einmachen. Oh, komm schon. Hört auf. Ihr braucht euch nicht zu prügeln. Findest du das geil? Frauen zu schlagen, hä? Das ist mir der richtige. Ja. Mieser Ficker. Ach ja. Oh, voll auf die Mütze. Reicht das? Reicht dir das? Scheiß drauf. Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du Witzer. Das wird euch noch leid tun. Verlasst euch drauf. Was zum Teufel wollte der? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm, jetzt sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt es dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? 2000 Dollar. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück. Sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht. Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaff das aus der Welt. Ich versprich's dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle zwei Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Da bin ich sicher. So, gehe zu Joe. Na gut. Ah, werden wir direkt wieder reingeworfen ins Getümmel. Wir gucken mal uns natürlich mal wieder ein bisschen um. La la la. Hier liegen Zeitungen. Sehr schön. So, da unten waren wir ja schon. Dann gehen wir mal hier lang. Mit Tab rufst du die Karte auf. Ah, da sehen wir sie. Wunderbar. Map showing the city of Empire Bay. Das ist die ganze Stadt. Kommt auf den ersten Blick ein bisschen kleiner vor. als das, was wir in Mafia 1 bereist haben. Aber das soll sich schnell ändern. So, das heißt, wir müssen hier die Straße lang und dann dahin zu Joe. Das sollten wir noch hinkriegen. Wir können auch sprinten. Joa, kann ich hier in den Laden? Nein. Aber wir können mal schneller laufen. So. Und was ist mit dir? Kann ich dir helfen? Okay. So, wir... Huch, Entschuldigung. So, rennen brauchen wir gerade nicht lang. So laufen reicht eigentlich. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich echt schön hier. Ah, guck mal hier. Ein Wanted-Plakat. Und zwar sehen wir hier den Martin Branstatter, aka SIGA The Robbery. Und ich glaube, das hier, diese Wanted-Plakate, die sind nämlich überall im ganzen Spiel versteckt, in der ganzen Stadt. Und ich glaube, das sind Entwickler. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Genau, Steckbriefe sind überall in der Stadt versteckt. Ich glaube, das sind die Entwickler. Ich weiß es aber nicht genau. Also da gerne nochmal... Könnt ihr gerne mal nachforschen, ob ihr was in Erfahrung bringt und mich dann informieren. So, gehen wir mal ein bisschen schneller über die Straße hier. So. Auf jeden Fall sind das eine der zwei Sachen, die wir hier im Laufe des Spiels aufsammeln können. Was ist hier los? Was hast du denn eigentlich dauernd? Du brauchst Ewigkeit, denn mir ist kalt. Du kannst dich doch in den Wagen, wenn dir kalt ist. Im Wagen ist es auch kalt. Los, jetzt reparier diese Schachtkiste endlich. Ich würde längst fertig sein, wenn du mir helfen würdest, dauernd rumzumergeln. Ich merke mir überhaupt nicht rum. Ja? Wenn du mit dem Schraubenschlüssel so geschickt wärst wie mit deinem Mundwerk, wäre die Scheißkarre längst wieder flott. Du bist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Kein Wunder, dass sie dich bei der Army nicht genommen haben. Das musste ja jetzt wieder kommen, klar. Ethels Mann Frank, der ist Kampfpilot. Und Mann Ritzmann Charlie, der steuert ein U-Boot. Was war denn? Mein Mann? Oh, der ist untauglich. Er arbeitet in einem Gemüseladen. Weißt du was? Reparier die Karre doch selbst, du blöde Schlampe. Du kannst einen kaputten Motor reparieren, indem du die Motorhau... Äh, lol, was? Können wir jetzt... Aber ich will den Wagen nicht reparieren für die alte Schnipfe. Ganz ehrlich? Nö. Oh, jetzt hab ich eh gedrückt. Nur, nur fürs LP. Ich hätte es, äh... Eigentlich hätte ich es nicht gemacht, weil die alte Schnipfe, weißt du, hätte es hier wirklich helfen können, anstatt hier, ne? La, la, la. Aber fürs LP machen wir es mal. So. So, das war's schon. Ich musste nur, äh... Hier und da kurz mal fummeln. Wirklich? Vielen Dank, auch schöner Mann. Kein Problem. Keine Ursache. Ein echter Gentleman. Direkt mal eine Errungenschaft freigeschaltet. Ach, krass. Das hab ich vorher alles gar nicht gesehen und... Also, ich hab das natürlich schon mal gespielt, ne? Das ist jetzt... Das steht außer Frage, natürlich. Ist aber schon ein bisschen was her. Auf jeden Fall... Er hat die ganze Zeit da unten gewartet. Das hab ich alles gar nicht gesehen und gewusst, ehrlich gesagt. Und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Die streiten sich. Auf der anderen Seite ist irgendein Polizeieinsatz. Ah. Die Stadt ist jetzt schon viel lebendiger als das, was bei Mafia 1 schon versucht wurde. Und es ist einfach wunderschön. Direkt erstmal eine Errungenschaft freigeschaltet für etwas, was man wirklich nur mit Geduld und ein wenig, äh... ein kleines Auge fürs Detail jetzt hinbekommen hat. Ich mag das sehr gerne. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn man für diese Geduld auch belohnt wird als Spieler. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen... ein bisschen greifbarer, ein bisschen schöner, ehrlich gesagt. So, wir gucken uns mal hier noch um, ob hier noch was ist. Aber ich glaube, hier liest jemand Zeitung. Können wir mit dem vielleicht, was so aktuell so Sache ist? Nein. Können wir hier zuhören? Hast du nichts Besseres zu tun? Nee. Okay, der scheint nicht zu reden. Dann gehen wir mal. Da ist ein Polizist. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, die 71. Was ist das hier? Trattoria. Trattoria. Alles klar. Ist geschlossen. Und hier haben wir aber das Lunch Special mit einem Viertel-Chicken für 35 Cent. Mega günstig. Da unten wird Zeitung verkauft. Können wir da... Können wir da nicht ein bisschen... Hallo, guter Mann. Gesundheit. Extra-Blatt. Ja. Gib doch mal eine Zeitung her. Alles über die Landung der US-Marines in Manila. Kriegen wir nicht. Kommen wir hier. Tyros and Rims. Okay, no parking anytime. La, la, la. So.